Wie den Leon, also den Leon kenne ich schon seit einer Woche und das ist ein richtiger Hurensohn. Ist das eigentlich normal? Ich habe mich entschieden im PvP besser zu werden und deswegen habe ich mir auch ein Texture Pack zusammen gebastelt mit den Leon. Hallo. Kannst du nicht mal deine Fresse? Also wie gesagt, wir haben jetzt zusammen dieses Texture Pack gemixt, was ich dann auch veröffentlichen möchte. Also unten dazu ist ein Link und ja, ja, alter, kommst du von der Schule nach Hause willst du? Es geht zocken, das geht einfach nicht. Ich gehe ganz los in die Mitte. Oh mein Gott, alter, was ist das für Equipment, alter, was ich gezogen habe. Digga, einfach in einer Kiste war dieses Equipment drin. So was habe ich seit lange nicht mal gezogen. Okay, wenn ich diese Runde nicht gewinne, dann lasse ich aus. Also den Leon kenne ich schon seit einer Woche und das ist ein richtiger Hurensohn. Ist das eigentlich normal? Geil! Okay, da kann ich abstauben. Ne, kann ich nicht. Da war Tafel in HD. Hey, überall sind die nur dreckige Schlucker drauf! Die können nichts! Und so viel zum Thema im PvP Tryharden. Alter, ich bekomme nichts auf die Reihe. Komm, okay, den muss ich bekommen. Ja, passt doch. Hey, bekomme ich überhaupt was auf die Reihe? Ja, wie heißt du nochmal auf YouTube? Helf nur. Wie bitte? Green. Ja, kannst du nicht mal lauter sprechen, ich verstehe dich nicht. Greeny! Ja, hört man irgendwie nicht. Ich höre da immer so ein Piepen dazwischen, aber YOLO. Ähm, das haben wir natürlich auch jetzt geklärt. Ja, das ist jetzt die letzte Runde für heute, denn ich habe keinen Bock mehr. Hey, man! Hab keinen Bock mehr! Mama! Kannst du was zu essen machen? Ich will jetzt kein Egoist sein oder so, aber eigentlich würde ich die schon gerne alleine essen. Für ein Like würdet ihr auch ein bisschen davon abbekommen. Ich habe einen daumen. Und ich habe einen daumen. Und dann über die Anbußen zu tun.